Hallo und herzlich willkommen bei der Planungsgesellschaft MBH Dienstlaken. Bereits seit 1969 steht Ihnen unser erfahrenes Ingenieurbüro in den Bereichen Anlagenplanung, Rohrleitungsbau, Stahl- und Behälterbau sowie Maschinenbau kompetent zur Seite. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir vor allem Kunden der Stahl- und Eisenindustrie, der Chemie sowie der Kraft- und Wärmewirtschaft bei Projekten aller Art. Egal ob Sie einen verlässlichen Statiker suchen, Konstruktionen im Stahlbau oder Planungen neuer Rohrleitungen in Auftrag geben wollen, wir begleiten Sie vom ersten Entwurf bis hin zur Fertigung Ihres individuellen Projektes mit unserem Fachwissen. Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von Komplett Engineering aus einer Hand. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.